Mann, das ist doch scheiße. Hier war nicht mehr... Ich bin tot. Geh ohne mich weiter. Ich lebe immer noch. Was ist das? Bin ich unwissigbar? Ah, hier, hier durchporten. Ja! Alter. Er lebt mich wieder. Oh Gott! Haben wir das Kapitel bitte geschafft? Nein! Jetzt kommt noch der Bossfight. Oh Gott, wenn wir schon nicht gegen die... Oh nein! What the hell? Ein riesiger Drache. Faf... Oh Gott! Sind wir schon am Ende des Spiels? Keine Ahnung. Fafnir... Oh nein, zu zweit. Ladies! Ich will auch! Ja, Ladies, hier, das ist... Oh Gott! Ne, man sollte vielleicht... Also man sollte noch... Ähm... Moment... Magliert töten. Und Fafnir. Und Assatur. Ja, wir toten... Oh Gott. Ja, was machen wir? Loll! Ich bin tot. Nein, ich lebe noch. Okay, ich sag jetzt schon mal, dass wir hier hundertmal sterben werden. Hä? What? Hä? Also Blitz bringt gegen den überhaupt nichts. Also so null. Hä? Wasser, Wasser, Wasser. Das ist ein Drache. Oh! Hä? Das bringt gegen den auch nichts. Burn it shit. Was macht der denn überhaupt? Ah, gegen seinen Bauch bestimmt oder so. Steine werfen. Nö, hä? Wie macht man den denn Schaden? Hä? Loll! Ich bin tot. Hallo? Ich hau einfach Feuer Aura rein. Äh, Feuer Aura? Ja. Ist ja leicht. Feuer und Stein, oder? Also ich hab jetzt nur Feuer reinggehauen. Ich hab jetzt noch Stein, weil er ja auch so Steinbohr macht. Jetzt bin ich unbiss Pierre gegen ihn. Hoffentlich. Ich lass mich... Ich lass jetzt mal austesten. Du hast den Schaden gemacht. Nein, doch nicht. Du teilst ihn. Teilt ihn. Guck mal, ich hab... Ich bin... Also, man muss ihn auf jeden Fall am Bauch... Guck mal, wie stark ich bin. Haha. Hey, was... Warum hat er meine Aura weggemacht? Man muss ihn am Bauch treffen. Am Bauch, wusste ich doch. Mit Stein geht das auch, oder? Ja. Oh Gott, mach einfach riesige Steinklumpen. Oder Wasserstein. Bam. Das bringt was, das bringt was. Hau ab. Dein Laser. EDF. Hau immer EDF rein. Dann kann er dir nichts. EDF. Okay, Wasser bringt nichts, oder? Nö. Also nur Stein. Ja, nur Stein. What? What? Wiederbeleben. Nur Stein, nur Stein. Oh, ganz viele Steine, ganz... Du siehst auch, was ich sehe. Ja, lass ihn einfach ganz schnell down machen. Äh, er geht enrage. Wiederbeleben. Ich kann nicht, ich bin verwirrt. Ich bin, ich bin frage... Alles ist umgedreht. Nein! Wie, alles ist umgedreht? Oh, der Penner. Okay, der Boss ist schon... Also, weißt du, was war? Also, ähm, um meinem Kopf rum war Fragezeichen. Und wenn ich nach vorne gegangen bin, bin ich nach hinten gegangen. Also, alles war umgedreht. Und ich konnte dich auch nicht wiederbeleben. Ah, einfach nur... Wenn du bist töten müsst. Mach einfach ganz viele Steine und lass sie aufladen und erfolgen sein. Auch wenn ich diesen Cut-Monolog schon wieder hören. Überspring der Tast. Wo auch nicht. Wer stört meinen Schlummer? Was will er eigentlich mit dem Gold? Er ist ein feller Drache. Was soll er machen? EDF. So, und jetzt mache ich wieder meine... Oh, ich habe gerade was geschickt. Ganz viele Steine und... So, das bringt was. Ja, gegen seinen Bauch. Möglicherweise. Okay. Alter. Alter, wir haben ihn schon gleich, die Hälfte. Nein! Was ist der Scheiß? Alter, was ist der da? Oh nein, der macht schon wieder diese Fragezeichen. Kraft. Oh, dieser Scheiß-Schwanz. Bam! Komm, 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 komm. Nein! Daneben! Bam! Komm, 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 er ist doch tot! Hallo? Ah! Ah! Ah, idel! Hä, Futurusblatt? Seid ihr das? in der hau okay wir sollen jetzt Assertur killen oder was boah jetzt kriegen wir irgendwas cooles Vulkan oder so Verkörperung Habe ich noch nie was von gehört ich mach jetzt Boah schon wieder am Anfang oder was ja ja würde ich sagen gleich warte und verfügen Moritz dann hinzu direkt jetzt ich kann dazu jetzt nein noch nicht warte er muss speichern er muss noch speichern also sehen wir wieder das hier und dann dann auch gucken wir uns da rein wir töten alle beinahe wir haben noch nie jemanden richtig getötet oder doch kann egal toll jetzt habe ich Fafni nicht für sie ja der war aber auch irgendwie langweilig selbst herauszufordern ich meine wenn man auch gegen den Boss Gegner hat das ist schon echt soos haben wir gesehen machen wir jetzt Schluss er und dann bis gleich bis dann tschüss so da sind wir wieder zu schuldig bin auch wieder da diesmal der gelben Robo weil ich das zu tiefen und ich habe gehört Eitel verkörperung machen was das ist lieber bieten das kann das verkörperung was das ist voll im Alter sind es weiß nicht wird kämpfen was haben wir was der Feuersturm der Feuersturm Zeitzerrung Totenerweckung Totenbeschwörung Zunichtung Verkörperung Oh Gott was ist das okay AFR Betürung Verkörperung ist wie machen wir noch mal rau äh Dings er hat gerade alles weggemacht Alter lass ihn einfach ähm Arcane blitzen Dings der macht immer alle Markien weg er oder gegen was hat er denn eine Aura was ist das für eine Aura und wer ist gelb warum hat jemand eine gelbe Farbe ich habe gelb weil ich das achievement noch nicht habe habe ich doch eben gesagt achso was nützt denn gegen den Verkörperung oder ich glaube er trainiert ich glaube er trainiert mit uns kann das sein was ist das äh Zeit Dingensbum jetzt können wir uns ein bisschen Zeit nehmen und gucken was wir brauchen wie macht das wie macht man Qualm wie macht man Dampf Verkörperung S Q R A E L Wow War das Verkörperung äh nein Wiederbeleben bitte aber ich weiß jetzt wie das geht S Q F A E L Nein Der Penner macht immer alles weg hört auf mich zu tun Mann Fick dich Wiederbeleben Hallo Ja hallo Mann Ich drücke auf B A Ich kann Verkörperung nicht schnell genug machen äh wenn wir Verkörperung gemacht haben dann können wir ihn angreifen ja wir müssen nur wir müssen das musst du auf mich selber anwirken oder was ja eine Leertaste du Otto S Q F A E Nein Oh Mann ich verklicke mich immer Jetzt ich hab Verkörperung Hä Jetzt ja oder nein Habe ich das jetzt oder nicht Ich hab Verkörperung Hast du oder Aber irgendwie bringt das nichts Doch er kriegt schon abgezogen Guck doch mal Ja Ja weil wir ihn gerade so trifft Er bin gedampft Toll du musst jetzt wieder neu machen Verkörperung Ja lass ihn einfach dampfen Lass ihn dampfen Ich höre die ganze Zeit den Verkörperungssound aber das bringt irgendwie nichts Hallo wiederbeleben Moritz Moritz Ich hab ihn getötet Juhu Endlich Juhu Endlich Wie er hin und her Hä was macht der da noch Er verpisst sich Okay können wir jetzt Verkörperung ausprobieren Ähm brauchst du jetzt gar nicht mehr Oh nein Ach da sind wir jetzt schon wieder Ja Wir hätten ihn jetzt schon letztes Mal Letztes Mal hätten wir ihn schon fast getötet Ey das ist Grimm hier ne Grimm Da fehlt das I irgendwie Ja Ach schon wieder die gleiche Scheiße Ja komm lass einfach Strahl kombinieren Gleich Aua ich bin tot Mann ich will da rein Strahl kombinieren Oh Alter was soll denn das Hält mir Rätzt mich Rätzt mich Ich bin tot Du bist schon Du lebst die ganze Zeit Feuerschock Also ihr müsst auf jeden Fall ne Aura gegen Gegen Arkan haben Hab ich Toll ich hab Jetzt haben die Feuer reingemacht Rätzt mich nochmal Strahl kombination Ich bin tot